Und es geht mir so auf den Sack. Ha! Wo ist er? Oh. Okay. Das haben wir. Haben wir, haben wir. Jetzt der dicke Typ. Amucke speichern wieder. Aber sollte eigentlich funktionieren. Kriegen wir ihn. Lol, seine Nippel sind durchsichtig. Nein, da sind Augen drin. Ey, uff. Uff, okay. Da sind einfach Augen mit seinen Nippeln drin. Das hab ich nicht gesehen. Das ist schon eklig. Wolltest du mein Snack sein? Er hat ja gesagt. Oh yeah! Was? Er hat oh yeah gesagt? Der da. Ich würde ihn gerne headshotten, wenn's geht. Warte mal. Können wir das? Hä? Ach, wo kommst du denn her? Oh yeah. Keiner weiß, wo er herkommt. Lül. Okay. Läppi läppi, aber happy. Hm. Okay. Ich speichere nochmal kurz. Okay. Was passiert hier eigentlich, Mann? Oh. Sonst nichts? Oh, der ist schon wieder. Oh, der geht mir langsam mal auf die Nerven, ne? Irgendwie rein. In der anderen Seite gegangen. Wenn ich hier lang gehe vielleicht. Irgendeine spröde Wand. Ich so, ne? Ist mir egal. Wir können auch dran vorbeischleichen. Und der da ist ein Mensch, ne? So ein netter Mensch. Wenn's die hier überhaupt noch gibt. Aber du bist nicht nett. Ich find unsere Geräusche in letzter Zeit seltsam. Oh, du bist nicht sicher. Du hast die andere Schatz. Was ist das heute mit ihm zu spüren? Oh, der ist die Schatz. So, der ist hinüber. Noch was interessantes hier. Hier ist noch ein Mensch, okay. Ja, was passiert eigentlich mit den ganzen Menschen, wenn wir jetzt einfach gehen und hier niemand mehr ist? Ihr seid ja auch in jeder Ecke, ne? Ist das irgendwie so ein Ding von euch? Das ist ja kühlt. Da ist auch jemand drin. Die Waffe hat da rausgeguckt aus der Wand. Und? Die Tür auf, oder nicht? Ich weiß halt nicht, wo wir langen müssen, ne? Hier geht's rein. Das ist die einzige Tür hier in dem ganzen Kabuff, die sich öffnen lässt. Und hier ist einfach nichts drin. Läuft. Ich weiß nicht, wo ich da rauskomme. Ich weiß nicht, wo ich da rauskomme. Tja. 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 Wie auch immer das hier gedacht ist, ganz ehrlich, ich checke das nicht. Toll. Tja. Wer ist denn da unsichtbar, alter? Ich hab keine Ahnung, Leute. Ehrlich, ey. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt hier richtig gegangen bin. Kamen wir ja her. Achso, waren das die Menschen, wo wir, ähm, die wir vorhin nicht erschossen hatten? Kann das sein? Also, die wir nicht getötet haben. Weil das, das hier, das würde hinkommen. Und die Frage ist nur, warum kommen wir hier nicht rein? Das, das sind die bestimmt. Warte mal. Das war's, ne? Mehr sind da nicht. Ich laufe einfach mal offen rum, ist das jetzt egal. Ich glaube, die sind eh alle tot. Ich frage mich halt auch, was ist hier los? Ist hier noch irgendwas? Nicht. Weil das Labyrinth, ne? Ach, guck mal, was wir übersehen haben. Warte, speichern. Ich finde den Weg nie wieder, wenn wir sterben. Noch eine funktionierende Tür. Jetzt wird's aber schon langsam komfortabel hier, oder? Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Drei Schergel. Ich spawne wieder bei uns und verliere ihre Muni genau vor unseren Füßen. Drei Schergel. Haben wir schön gemacht, oder? War wunderbar. Wer bist denn du? Oh, was ist der denn da? Ist irgendwie ein bisschen speziell gewesen. Warum wackelt es so? Okay, den lutschen wir einfach aus, ist egal. Alle Kräfte, ist doch nur ein Mensch, oder? Guck mal, er zerfällt nicht zu Staub. Mh, nehmen wir mal das. Und warum wackelt es jetzt wieder? Ach, das ist der Typ. Ich weiß nicht, ob er bei uns sehen kann. Was sagt mir, dass er ein Mensch ist? Oh wow. Er macht keiner, ich weiß nicht, dass er ein Mensch hat. Da sind Toiletten. So, gucken wir uns doch mal an. Warum heulen die hier so rum? Oh! Mit der kleinen Crew. Hmm, ich war das hier. Oh, das passiert schon wieder. Ja, ich glaube, wenn ich doppelt auf F drücke. Okay. Eigentlich wollte ich nur schauen. Oh, den hab ich nicht gesehen. Na? Wie diese Waffen manchmal treffen und manchmal nicht, ne? Ich hol mir erstmal den, damit's ein bisschen einfacher ist. Vielleicht war das doch nicht so das Schlauste. Na egal, den lassen wir uns als Snack. Und die sehen uns natürlich nicht, ne? Hä? Hä? Äh. Oder? Ich tanze da nicht so rum. Was ist denn mit dem? Kann ich von dem trinken? Also, ich kann nicht von dem trinken und ich komm nicht hinter den, Leute. Die könnt ihr mit ja auch schießen, Alter. Und was treffen. Die ist das un... Unnormal, die auch. Die kann ich ja gar nicht schießen. Äh. Das Restchen kommt ja runter. Äh. Lecker, 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 lecker. Hallo? Lass mich doch mal von dem trinken. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ey. Meine Güte. Warum ging das nicht? War der irgendwie speziell? Oh, ey. 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 So. Was ist hier drin? Ja, jemand von denen wir trinken könnten. Das könnten wahrscheinlich aufschließen. Warum siehst du uns, Mann? Ah. Und dann f shavedr, den Schlamir. Oh, ey. Oh, ey. Där characters поступ highway zu haben. Ich kann es versuchen. Bei dem hat es wenigstens geklappt. Tschüss! Huch! Huch! Gleich einmal kurz. Aber er wird sich nicht umdrehen denke ich, ich glaube den erschieß ich dann einfach. Okay. Haben wir jetzt einmal einen Rundgang gemacht oder was? Bei Menschen. Oh, hier hätten wir. Das war da. Nein, hätten wir nicht durchgehen können. Okay, aber scheinbar sollen wir hier sein. Hier geht es nämlich weiter runter. Ich bin so übervorsichtig jetzt mit dem Speichern. Tut mir leid, wirklich. Das ist auch nicht der Bosskampf. Huch! Na gut, nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen komplizierter. Am liebsten den zuerst. Ah, nachhaltig nach ist kein Problem. Okay. Ich kann nicht von nichts denken. Nein, warum wackelt es jetzt so? Achso, das ist wegen dieser auch noch von dem Spaß zu denken. So, unser Trinkpäckchen wartet. Oh Gott. Irgendwie mag ich diese Geräusche nicht. Die haben wir noch nie getrunken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.